Wir sind die Firma BERKI. Wir sind ein Spezialmaschinenbauer für Maschinen aus der Gewässerunterhaltung. Das heißt Maschinen, die alles aus dem Wasser rausholen, was da nicht rein gehört. Mein Name ist Felix Knoll, ich bin Eigentümer und Geschäftsführer hier bei der Firma BERKI in Haaren im wunderschönen Emsland in Nordwest-Niedersachsen. Wir bauen Maschinen für die Gewässerunterhaltung, entweder Fahrzeuge oder Boote, beispielsweise ein spezielles Müllsammelboot. Wir haben im Ausland insbesondere Vertriebspartner, das heißt lokale Leute, die das Problem vor Ort kennen, die wir dann beraten, so dass sie die bestmögliche Lösung einer Spezialmaschine vor Ort von uns bekommen. Der Exportanteil ist in den letzten fünf, sechs Jahren stetig gewachsen, so dass wir im Jahr 2019 bei über 70 Prozent Exportanteil lagen. In den wichtigen Exportmärkten suchen wir uns immer einen lokalen Partner, der unsere Kunden vor Ort bestmöglich kennt und wirklich gut mit uns kommuniziert und damit die besten Lösungen für den Kunden entwickelt. Unsere Vision ist es, dass weltweit, egal wo wir in den Urlaub hinfahren, eine Maschine vom BERKI im Einsatz ist und dabei hilft, Sachen aus dem Wasser rauszuholen, die da nicht rein gehören. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag des WDF-Förstegs ARD Text im Auftrag des WDF-Förstegs ARD Text im Auftrag des WDF-Förstegs